Hallo kleines Mädchen, jetzt ist es eine Periode. Ich kann nicht lesen. Bist du ein Mann oder ein Mann? Hallo Mülleimer. Hallo. Oh Mann, schau. Oh Mann, schau. Hm. Oh, ich habe einen Mann. Ja, wirklich. Oh, ich habe einen Mann. Oh, ich habe einen Mann ausgewertet. Oh, ich habe einen Mann. Oh, ich habe einen Mann. Vielen Dank.